einen wundervollen dritten advent und schönen sonntag wünschen wir euch heute auf dem programm unser passspiel mit seit bewegung im video zu sehen wir haben ein hindernis aufgebaut durch hütchen oder ähnliches ihr lauft permanent in der seit bewegung links und rechts an dem hindernis vorbei werdet angespielt flach dreimal links dreimal rechts hoch dreimal links dreimal rechts und dann nochmal dreimal links dreimal rechts mit dem kopfball so haben wir alles getrainiert und wünschen euch viel spaß beim nachmachen immer her mit den videos genießt den sonntag mit eurer familie und bis morgen und bis morgen